Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es darum, wie du Midi-Tracks aus der Drum Machine extrahierst bzw. gleich Audio draus machst. Aber legen wir doch einfach mal los. So, du hast hier so einen Midi-Track gebaut mit einer Drum Machine und jetzt hast du hier die einzelnen Spuren, der Kick, Snare und den zwei Hi-Hats mit verschiedenen Operatoren hier, die zu verschiedenen Zeiten spielen. Das Ganze klingt so. So, und das Ganze wird jetzt einfach auf einzelne Tracks im Arranger haben. Die einfachste Methode dazu ist, du nimmst jetzt einfach hier die Kick, hältst die Steuerung-Taste oder Command-Taste gedrückt und ziehst das einfach hier als neuen Track rein. Dann wird dir eine Drum Machine erstellt mit nur der Kick und hier nur mit den Kick-Midi-Noten. So, und das Ganze kannst du jetzt quasi mit jeder Spur hier machen. Die Hi-Hat closed und die Hi-Hat open. So, und jetzt habe ich hier, wenn ich das hier mute, wie du hörst, ist der Sound auch leicht anders, weil hier hatte ich verschiedene Effekte drauf, die werden nicht mit kopiert. Das heißt, wenn man die Effekte hier dann noch mit dabei haben will, bei den Midi-Noten, dann muss man die natürlich auch noch mal mitnehmen. So, und jetzt kann man aber folgendes machen. Es gibt ja manchmal den Pfeiber und sagt, nö, eigentlich finde ich das ja ganz in Ordnung, dass das jetzt hier in der Drum Machine alles so komprimiert zusammen ist. Ich möchte das als Audio haben. Dazu zieht man am besten den Clip hier in den Arranger. Guckt dann noch mal nach, wo bei den Operatoren, hier habe ich zum Beispiel alle vier Takte, da habe ich alle zwei Takte und ansonsten ist, glaube ich, maximal vier. Da fände ich das irgendwie ganz cool, wenn man sich das hier anzeigen lassen könnte, wie viel das insgesamt sind. Da habe ich, das habe ich aber noch nicht herausgefunden, ob oder wie das geht. Und der Sinn und Zweck dahinter ist, wenn ich ein Audio erstelle, möchte ich natürlich alle vier Iterationen haben oder Varianten haben. und lupe das jetzt hier auf vier hoch. So, und jetzt kann ich ganz einfach hingehen, mach den hier wieder an, sonst funktioniert das nicht, und solo die Klicke hier einfach und in dem Fall packe ich mir jetzt einfach den Clip, halte die Alt-Taste gedrückt und dann wird gleich ein Bounce in Place gemacht. Den Clip habe ich hier rüber gezogen, damit mir das MIDI erhalten bleibt. So, und jetzt kann ich den Clip einfach drunter legen und habe hier dann schon mal das Audio. So, und da gehe ich jetzt einfach durch. Jetzt solo ich die Snare und nehme den Clip hier rüber, halte die Alt-Taste fest, lasse los und schiebe die Snare hier hin. Und das gleiche mache ich mit der Closed Hi-Hat, rüber ziehen, Alt-Taste festhalten, loslassen. So, und das Ganze noch mit der Open Hi-Hat, zack, halt, und hier runter. So, und jetzt habe ich hier auch... Dieses komplette Audio und das Audio wurde nämlich dann mit den Effekten gebounced, weil die Effekte hier in diesem FX-Kanal sind. Das Bouncen ist immer so, beim Bounce in Place ist immer so, dass das erste Device gebounced wird. Hätte ich jetzt hier zum Beispiel einen Delay 2 nochmal hinten dran und würde jetzt zum Beispiel mir das nochmal anhören, wie sich das hier anhört. Dann hören sie nichts. Warum hören sie nichts? Weil ich das hier alles gemutet habe. So, das heißt, da delayt das Delay mit. Ziehe ich das jetzt aber hier rüber, halte die Alt-Taste, bounce das durch. Deaktiviere das Delay, wie wenn ich jetzt hier quasi das hier runtergezogen hätte. Habe ich hier quasi alles aus dem ersten Device, ohne die Effekte hinten dran. Das heißt, immer das erste Device wird gebounced, wenn ich ein Bounce in Place mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne dran ein Chain-Modul packen würde oder irgendetwas anderes, wo ich zum Beispiel jetzt alles hier rein packe. Nehmen wir das Delay hier noch mit rein. So, und bounce jetzt das hier nochmal. Alt. Mache das Delay hier aber aus. Und mache hier einfach alles aus, damit ich nur das Audio hier höre. Ist auch das Delay mit drin. Also es geht immer beim Bounce in Place immer nur auf dem ersten Device. So, Delay ist da auch ein bisschen sehr merkwürdig in diesem Fall. Achso. Das heißt, mit der Methode habe ich dann relativ schnell meine einzelnen MIDI-Spuren oder eben auch meine einzelnen Audio-Spuren aus einer Drum Machine rauskopiert. Oder eben direkt gebounced mit oder ohne Effekte, wie man das gerne haben möchte. Und ja, habe einfach so einen relativ schnellen Workflow, wo ich dann hier mit dem Mixing weitermachen kann. Oder mit irgendwelchen Jobs, Glitches oder wie auch immer. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde euch jetzt um eine Kleinigkeit noch bitten, nämlich genau das hier. Damit unterstützt ihr den Kanal so ein bisschen und ich würde mich ja auch immer über Feedback freuen. Dann, ja, bleibt gesund. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020